Ja, um den Verkauf unserer Immobilie hat sich Gottschling Immobilien gekümmert und uns hat vor allem überzeugt, dass es sich hierbei nicht um einen anonymen Franchise-Markt handelt. Das war auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ich meine, so eine Immobilie verkauft man in der Regel immer nur einmal und das wollten wir in seriöse und kompetente Hände legen und deshalb sagen wir, ja was sagen wir, wir sagen vielen, vielen herzlichen Dank.